Musik Ich habe erstes Studium abgebrochen, zweites Studium angefangen. Zweites Studium? Erlaubnis weg. Wusste ich nicht. Und? Was war dein erstes Studium? Wir wollen. Was? Betriebswirtschaft. Was, zweites Studium? Schauspieler. Was? Ich verstehe dich nicht. Schauspieler. Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich war in meinem Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Und? Los geht's. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017